Ein alter Standard, lang ist es her, dass John Coltrane ihn geschrieben hat, Equinox. Eine Bearbeitung von uns oder mir. Und wen featuren wir denn? Oh, hier featuren wir eine ganze Menge Leute in der Band diesmal. Schauen wir mal. Equinox. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020